hallo zusammen nächster trailer am stadt zwar immer noch der dritte tritt aber das wird erst morgen raus kommen am 4.3. ja heute ja schon die predigt von jakob präsentiert und jetzt noch mal ein kleines mit zwischendurch das natürlich ist auch nix mit der bhu ganz neues aber kann man was wirklich so wichtig ist das kann man immer wieder bringen ohne gefahr zu laufen dass man sich da sinnlos in wiederholungen verstrickt wie immer vk bit shoot odyssey getrailt bei ramble und dreimal youtube und dann vielleicht bis gleich macht's gut